Das ist bei der Wahrsägerin. Das ist die Achterbahn. Die Autos müssen fahren. Lass sie mal los. Richtig? Cool. Was gibt es hier noch? Hier unten? Hier ist die Bühne. Okay. Und die zaubert gerade irgendwas. Achterbahn. Und hier kann man sich hinsetzen. Okay. Und hier ist noch eine Zaubertruhe. Ja. Okay. Sehr gut. Kann man wegzaubern. Ja. Okay. Aber jetzt haben wir hier noch die Kutze, die Malik gebaut hat. Okay. Kannst du mal aufmachen. Oh. Guck mal. Das ist ganz gemütlich da drin. Hab ich gemacht. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Das Pferd. Die Kutsche zieht das weg. Sehr gut. Was ist das hier vorne eigentlich? Das. Da geht das auch noch gar nicht. Die weiße. Oh. Da ist eine Frau drin. Okay. Hier ist alles weiß. Oh. Die Frau ist weg. Sehr gut. Und hier vorne sind die Autos nochmal. Und hier ist die Autos. Und hier ist noch... Ah. Hier haben wir noch sowas wie ein Schwungrad. Ui. 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 Sehr gut. Okay. Jetzt komme ich nochmal zu Marlitz rum. Was hat die hier noch Schönes gebaut? Marlitz, erkläre mal, was du gebaut hast. Also ich baue gerade ein Schwimmbad. Ich habe das erste Pool gemacht. Und... Das ist der Pool. Mit einer Treppe. Okay. Und ein Sprung. Und das ist die Toilette. Und ein Sprung. Mach mal auf. Ich will mal die Toilette sehen. Oh, da ist ein kleines Klo drin. Ja. Kann ich da drauf gehen? Zeig mal. Oh. Eine... Ich habe... Und ich habe noch... Eine Dusche. Wo ist die Dusche? Zeig mal. Hier. Hier vorne kann man duschen. Ah, okay. Sehr gut. Es trägt sich aber nicht. Mhm. Und was ist dahinter? Was ist das in dem Glaskasten? Das ist rot. Ein... Und... Das ist ein Aquarium. Ja. Ein Aquarium. Mit Glas drumrum. Und was ist denn das Orangene hier mit der Treppe eigentlich? Kauke dann. Weg. Was ist denn das Orangene hier? Das ist... Eine... Das hier? Einsprungbrett. Okay. Und hier kann man hoch... Und springen. Ins Wasser rein springen. Sehr gut. Okay. Und da hinten ist noch ein Sitz. Was ist denn das für ein Sitz? Der hier. Der hier. Das ist was... Wer ist da oben? Äh, da ist der Bademeister. Okay. Super, super. Hier hinten. Was ist denn das hier eigentlich? Das haben wir noch gar nicht gesehen. Also das ist... Ein... Ein... Die verkauft Cocktails, oder was? Ja. Und Eis? Ja. Okay. Gut. Und Ananaseis. Ananaseis. Hier mit einer Ananas. Genau. Hier ist noch eine kleine Ananas dabei. Sehr gut. Haben wir erst mal alles gesehen? Ja, ne? Ihr wart ganz schön... Aber mein Laden ist kostenlos. Ah, das ist sehr gut. Da komme ich zu dir. Mhm. Habt ihr sehr schön gemacht. Was ist das hier eigentlich? Ein Whirlpool, oder was? Ja, da kann man sich entspannen. Das sprudelt so. Und das ist schön warm. Okay. Das sprudelt so wie Pupse. Und am Mosse. Das sprudelt so. Das sprudelt so. Das sprudelt so. Das sprudelt so. Das sprudelt so.